Eine kastanienrote Schönheit, der Irish Red Setter, heute hier im Poi Rassenporträt. Die Herkunft dieser Rasse liegt in Irland. Er ist ein Vorstehund. Vorstehund bedeutet, dass diese Hunde, wenn sie Beute aufgespürt haben, mit ihrer Schnauze oder der Pfote in die Richtung der Beute zeigen. Heute gibt es vom Irish Red Setter sowohl Arbeits- als auch Showlinien. Vom Aussehen her kann man diesen Hund als anmutig und muskulös bezeichnen. Das Fell ist seidig und lang. Die Widerrisshöhe des Irish Red Setter beträgt zwischen 55 und 67 cm. Das Ganze bei einem Gewicht von ca. 30 kg. Das Wesen des Irish Red Setter ist sensibel und freundlich. Er verfügt über einen ausgeprägten Jagdtrieb. Ist ja wohl klar, zukünftige Besitzer müssen diesen in die richtigen Bahnen lenken können und alternative Beschäftigung für diesen passionierten Jäger finden. Die gute Nachricht ist, dass dieser Hund mit Artgenossen sehr verträglich ist. Leider tut er sich mit dem Alleinbleiben schwer. Aus diesem Grund sollte schon im Welpenalter daran trainiert werden. Auch der Irish Red Setter ist anfällig für gewisse Erberkrankungen, allen voran für die Hüftgelenksdysplasie, aber auch die progressive Retinaatrophie, kurz PRA, eine Augenerkrankung, die zur Erblendung führt. Also, das wird ein Schnellschlag gebracht.